ja perfekt kann ich genauso abgeben schmeckt können sogar noch hegelberg und martinez behalten passt eigentlich hier passt als aus dem verein schmied ich mache dann genau in sechs minuten auf um 22 22 uhr zeit pack ihr kennt das doch hier fünf hk zwar erst bloß garantiert kommen mit dem ich aber gar nicht futter ist futter vielleicht double maybe double maybe double no double egal nämlich ach nacht rating ist gut es wird gut aber kathol ist okay ja jetzt nichts dahinter ist in ordnung ich nehme ich glaube ich würde sogar in der karte nehmen chat ja nicht mal zwei sekunden chat nicht mal zwei sekunden noch zehn sekunden gleich jetzt noch zehn 22 uhr 22 22 in genau 4 3 2 1 uhrzeit pack ist eine frau eine frau england z m williams okay sieht nicht mal so schlecht aus wenn ich erst bin sie schlecht kostet 100 nuni nuni ich glaube ich sogar schlechter bin ich erst bin 35 bin ehrlich ist gar nicht mal so schlecht wenn ich erst bin hä oder oltop pingpass powershot und wunderbar und flair ich weiß gar nicht mal schreiben könnte was könnte vielleicht was können ja ohne no cap jetzt die setzen gar gar nicht mal so schlecht aus für mein spielstil war eigentlich gut bin ehrlich für mein spielstil ist kein big win weiß ich selber gehen die rewards rein hier kommen wir haben dicke packs ich habe richtig dicke packs das nummer so die drei noch aufgehoben können wir später diskutieren auch wir haben 35 37 40 tausend münzen auch noch oben drauf die auch schon vergessen geil zwei picks das war gute packs ich weiß mal so auf steht ok mein nächstes mal machen bei später wette schon mal was ziehen können das arsch das ist arsch das ist doch schütz 5k schmeckt diese small big boy in form 10k die pixel immer schlecht man muss höher kommen die 60 ich muss mir nicht durch eins kommen sonst muss ich das gar nicht noch hier verpackt okay das sind hier die vom letzten jahr teamf2v kam mir ein und die hier sind tauschbar nicht alle ich würde sagen machen wir erstmal hier die dass die sbc glaube ich die ich noch gemacht habe und das sind die vom letzten jahr die erspielten und wir so nach der reihenfolge einfach passt in form workout mann ja nimm ich hatte mann ja die mann ja nimm mal mit sie mal 81 walk out ist doch einer ruma ich hab jetzt die maß für 88 ne vielleicht da will so gut wir kriegen ein paar törl da ist nur einer leider 89 sogar krass 98 ratings crazy nur duplikat erinnerbar ok immer mit dem thema 82 auch klar von der spielbaren vom letzten jahre als vom letzten jahr kein workout krass das ist alles irgendwas viel nachziger da schrott leider ok fünf mal 84 das letzte was man vom letzten jahr spielen konnte zwar kommt max smith macht die smith mapileon oder diese andere auf jeden fall high rate könnte doppelt sein könnte doppelt sein kai ist aber nicht paredes 88 sind jetzt bis jetzt nicht so krass die packs sind wir ehrlich ok das sind ja das sind jetzt die rivalis rewards chat zwei tauschbare und tief die kamen noch ich geh einfach rein chatbomb nicht mal walk out geist krank das koal kovatsch nicht 85 aber wenigsten sleep ball ja nimm mal mit 35k pack tauschbar kommt nix ne pack weight grad richtig stark ey pack weight ist richtig stark Letztes tauschbare Pack Komm, ein bisschen Coinage, EA At least walk it Ja, okay, walk out, komm Ja, Tor, warte Testding, Testding ist gut Testding und jetzt ein Dubli Komm, double it Kein Dubli Ja, 9-8 Rating, aber 20k, ne Vielleicht was dahinter Nix dahinter Ja, okay, übrigens 29.000 Okay, das mach ich hier oben genau Oh, scheiß, ich hab die Zeit verpasst, ne Nein, krieg das noch 22 Uhr, 11, 22 Ja, genau jetzt Oh, auf die Sekunde, 21, 12, 22 Walk out, ich wusste, dass es kommt Ne, was ist das? Rüdiger? Nein, ich hab den schon Nein Warum untauschbar Oh my lord Warum untauschbar Gib mir den nur Tauschball Das wäre so big Geisteskrank, Chat Das ist geisteskrank Drei Walkouts sogar, ey Das ist geisteskrank Und noch eine Impfform sogar What the fuck Digga, warst du dein Pack eigentlich, ne? Digga, es wären 160k gewesen, ne? Wäre der Tauschball, der Wichser Geisteskrank Fuckin' crazy, man Okay, Chat, wir gehen rein Am besten ZOM-Spieler, ne? Am besten mach ich hier Coins raus Und am besten Mach ich hier, ähm Krieg ich jetzt eine Icon für meine ZOM-Position Das wäre ein big win Gehen wir rein Zwei Eins Bang Walkout, Smith Smith Oh my lord Endler, double, double You need to double You need to double You need to double it Oh my lord Oh my lord Das war ein Scam in half 30k bezahlen wir jetzt für die Icon, ne? Weil die ist 20 wert 18 ist die wert Der Rest ist nichts wert Also bezahlen wir für diese Icon Pixel sagen Wir haben bezahlt um die 35.000 bezahlen wir für die Icon Leidkarte jetzt Was ein fucking Scam, man Okay, komm Vielleicht nutze ich das Frank Ribéry Da kann kein ZOM Da muss ich halt irgendwas mit LM oder LF spielen Ich hätte auch Riquelme jetzt eigentlich Riquelme wäre jetzt auch nicht schlecht Rein theoretisch Von dem, was ich hier sehe Wird sogar meine Formation passen Aber Frank Ribéry Für vier Tage Unendlich einsetzbar Ich glaube die 35k hat sich gelohnt Sag ich ehrlich gesagt Ich glaube die 35k hat sich gelohnt 1,5 Millionen Spieler für 35k Leidkarte I take it, I guess I take it 5x83 oder höher 5x83 sind dann drin, okay Und ich bin ein Rushspieler 1 von 3, okay, komm Okay, ja Aber ich werde jetzt nicht gemacht Wenn ich mein Team nicht baue Also ich mache es jetzt nur Weil wir eh genug Coins haben Bisschen mal Für den Cointe, ein bisschen Für den Spaß, Chat Man muss ein bisschen Spaß Am Leben haben, Chat Oder man muss auch ein bisschen Spaß haben Bei dem Schrottspiel Wie soll man sonst Spaß haben Wenn man keine Packs öffnet Komm, denk mal hier Ein Double Walkout Komm Ja, nice, oder chat Ja, danke Nein, 35k schon mal Da schon mal in die Tonne Geil Ja, nice Hab ich sogar im Verein schon Geil Wenigsten bitte Ein Mbp oder Ronaldo Oder ein Trent Trent nämlich auch Please Ich wusste es, Alter Ich wusste es Ich wusste es Dass er nur Scheiße kommt I knew it, man I fucking knew it, man Ja, dog shit Na, das war's, Chat Mach ich nicht mehr Cold It's getting cold in here, Chat It's getting cold It's getting cold in here Komm raus Cold, cold Ice cold Blau Oh, das ist ein Design, Jungs It's cold, man It's getting cold in here, man Oh, ho Co-Pama Is in the house Wartet ab Er sagt, du wartet ab Zeit leise, bis ihr mich spielen gesehen habt Okay Kreuze Planänderung Wir haben jetzt zum Glück noch die Quali nicht gespielt Da soll ich konnte ich noch ein bisschen testen Das wäre ja richtig in die Tatastrophe gelandet Oder geendet Ich wäre mir so reingegangen, wie ich in die Quali reingegangen bin Bin ich ehrlich Ich hätte wahrscheinlich ein paar Spiele gewonnen Aber nicht alle Aber nicht Wir hätten viele verloren Denke ich So Ganz spontan Ich wollte sowieso heute mit der 4-2-3-1 reingehen Da habe ich meine Formation geändert, weil wir Ribéry gezogen haben Bruder, der ist gar nicht Er ist gut Erzwingt mich Formationen zu spielen, die ich nicht spielen will Okay Ich will Diese Formation nicht spielen Ich will 4-2-3-1 heute spielen Und deswegen haben wir ihn jetzt auf die Bank getan Und haben jetzt dieses Team gebaut Kunde Wie gesagt, bleibt War top gewesen Der Quali Mittelfeld ist okay Potea decent Son jetzt anstatt Small Areck Das ist schon mal ein Upgrade vorne Und da haben wir Co Fucking Palmer gemacht Mit Dead Boy Plus Ja Mit den Code S Jubeln Und mit den guten Stats Ja Gefällt mir Und dann jetzt lachen viele Mit 71 Pace Aber ich habe was Ich habe mir darüber was gedacht Chat Ihr werdet es sehen Ihr werdet es sehen Wenn ich im Spiel bin Ihr werdet es sehen Okay First Game Chat Bitte einen einfachen Übertreib nicht Bayern München Okay 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 Now we're talking Gutes Einstiegsspiel für uns Nicht so schwach Nicht so schlecht Und nicht so stark Das passt Chat Wo steht eigentlich der Hundesong Eigentlich so weit außen Eigentlich Da Wo steht Was macht der eigentlich Da die ganze Zeit Mit mir Der Bastard Digga Was ist das Bruder ich kann halt nix drauf reagieren Auf irgendwas Ich muss immer zehn Jahre vorher drücken Durch die Server Alter Digga Nein Was ist los Zwei Drei Viertel Zwei Drei Viertel Okay Check Ach Game ist scheiße Ich hole Donnerwind gleich Ich hole Donnerwind gleich Kein Bock mehr auf den Bastard Digga Glaube ich Ich wusste nicht dass er sich nicht bewegen kann Der Hundesong Königin Die käme war Wird call Ist raus Donnerwind ist jetzt drin End von vorne rein Donnerwind holen sollen Ich wusste nicht Ich dachte Ich hatte irgendwie ihre käme beweglich Ich wusste nicht dass er so unbeweglich ist Ey Dita Dank nochmal für die ganzen 100 Bits Ne Das sehe ich jetzt erst Dank dir Okay Lautaro Filmwerkette Ist auch schon geisteskrank Hallo Wie unfertig willst du ein Spiel rausbringen In A-Sports Wie unfertig willst du ein verficktes Spiel rausbringen Was ist das Digga Was ist das Ich will auf alles Handball Simulator gewonnen Ich will auf alles Handball Simulator gewonnen Was ist das für ein Scheiß Die laufen nur die Linie rauf und drehen ab und dann um Handball zu spielen Ey Schach auch noch Schach UC Handball Rugby Alles im Einen Aber nur nicht FIFA Guck mal Der verteidigung ist so krank Das ist Das ist IFC 25 In einem Spiel Das ist perfekt zusammengefasst Das ist IFC 25 Ein Idiot Der nicht angreift Die ganze Zeit Und ich mach irgendeinen dummen Schuss Ich mach eigentlich Trivella machen Ich mach nicht mal Trivella Die schieß einfach draußen drin So ein Müllspiel Digga Garbage game Alter Ich hab ja keine Coins mehr erhalten für Spieler Jawohl Jawohl gib mir mehr von solchen Leuten Oder Ich weiß nicht Ich muss vorhin ja nicht Respekt haben Drama Auf Hong Ming Son Oh fuck this game Das ist glaube ich der Callchat Ich werde dann Turam gleich einfach einwechseln Für Dings Kann doch mal eins dahinter gehen George Pest gezogen Hals Maul Alter Was ist das denn für ein Packlack Digga Bam Hong Ming Son Ich kann mich einfach nicht lösen Weil ich kein Mittelfeld habe Verschillte was ich meine Die stehen so weit vor Die ZOMs Bruder Was ist das Jungs Ich hasse dieses Spiel über alles Ich hasse dieses Spiel über alles Ich hasse dieses Spiel Was passiert da an der Seite Ich habe das nicht mal gesehen wie hat er den wieder reingemacht Ich habe das nicht mal gesehen wie hat er den wieder reingemacht Ich will mich verarschen was ist das denn für ein krasses Team ey schon Ey siehst du Da singen wir alle zusammen jetzt Ja besser ist es Das ist echt verdient, Schatz, eigentlich verdient. Das ist so verdient, die Scheiße, sag ich ehrlich, das war so, was man verdient. Äh, der springt vor meinen Schuss, der Hundesohn, du Hundesohn, ich mach den gleich raus. Das ist krank, das ist geistkrank, was er macht. Digga, was macht der Reparierer, der springt vor meinen Schuss, der drin wäre. Nein, beschickt das. Ich muss das Team sehen, ich muss auf Pause drücken und das Team angucken. Hey, Feierabend, wie schickt das, Junge? Guck mal, bitte ein Schrott-Team, bitte ein richtiges Müll-Team, bitte. Neymar, Adeyemi, Diaby, Würz. Das ist nicht so krass eigentlich. Was ist das für ein Matchmaking wieder? Boom, Son. Bruder, ich kann nicht mehr, ich kann wirklich nicht mehr. Bruder, es ist so ein, ich möchte nicht mehr spielen, Chat. Ich möchte einfach nicht mehr spielen, einfach. Ne, ich will daran nicht mehr. Mach doch zu, mach doch zu, ich will, ich will einen Mondier anwählen. Ich will einfach einen Mondier anwählen, ich kann nicht. Ich will einen Mondier anwählen. Du kannst nicht mal Player Switching hier nun mal. Ich will einen Mondier anwählen und krieg einfach den anderen Innenverteidiger. So krass, Alter, Junge. Ja, sorry, dass ich einen Innenverteidiger anwähle. Sorry, ey. So krass, dass man sich mal anwählen darf und so krass bestrafen ist. Wenn du einen Innenverteidiger anwählst, ey. Ich habe ein paar Mal nicht zurückgeholt, ne? Ich habe ein paar Mal nicht zurückgeholt, ne? Scheiße. Ich habe ein paar Mal nicht zurückgeholt auf die Bank, ey Bastard. Hätte ich denn reingemacht. Gegen eine Firmarkette. Perfekt, Digga. Ich frage mich, ob ich ausgekontert werde oder nicht. Ich frage mich, ob ich ausgekontert werde oder nicht. welp. Nein, ich frage mich die vegetalzeit Millionaire XXVL! Hundesunsch, ich schwör auf alles, Bruder bitte fix diese Animation, Bruder diese Animation muss gefixt werden beim Ballgewinn Bruder die Taktik ist Arschritze, Alter Die Taktik ist Arschritze, Digga, Alter I don't want to do this, they make me do this, da ändert euch jemand daran, ich will nicht, die machen es, guck, everyone is doing this, jeder is doing this Hallo, ich konnte einfach meinen Spieler nicht wechseln, ich konnte einfach meinen Spieler nicht wechseln, ich konnte einfach meinen Spieler nicht wechseln, Alter Der hat gemoved, der hat falsch gemoved und wird nicht dafür bestraft Er hat falsch gemoved und wird dafür nicht bestraft, das ist wirklich Hey, er wählt mich weg Ich bin wirklich behindert von dem Spiel, er wählt mich weg, ich könnte einfach köpfen, er wählt mich vorher weg Der, fuck, wie schlecht der ist, Digga, kann nicht mal, er will Zeit spielen, man kann das nicht mal, er wird auch bestraft, Digga, zum Glück hat er so eine Scheiße gemacht Digga, mach das Tor, weil er einfach ein Rebound bekommt und mein Spieler an dem Ball vorbeiläuft, ich kann nicht mehr, es war Feierabend, Chat Oh ja, ich kann nicht mehr, Chat, das war's Ah, keine Ahnung, ey, what the fuck, Alter, was dieses Jahr abgeht What the fuck, geht der ab, Alter Ich kann auch keine Spieler bewerten, ich hab gefühlt alle tausende Informationen durchprobiert, es gibt keine Formation Es gibt keine Formation, die dein Kopf sagt, wie das Spiel spielen sollst Es gibt's einfach nicht, du kannst Fünferkette spielen, du kannst 4, 4, 2 spielen, du kannst alles spielen Mein Kopf klickt einfach nicht, wenn ich sehe, ich hab Platz, ich will reinlaufen, geht nicht, ich sehe, er ist frei, ich will anspielen, er spielt irgendwie komplett anders Es ist alles, es klickt nicht, mein Kopf kann nicht verstehen, was EA da programmiert hat Man kann zu lernen anscheiden, wenn man richter Psychopath ist, mein Kopf kann es nicht, es klickt einfach nicht, es klickt nicht Ich mach das, was alles falsch ist, ich will Innenverteiger an, ist falsch halt, ich spiele normal, ich will normal dribbeln, darfst du nicht Ich will skillen, darfst du nicht, ich will normalen Schuss machen, darfst du nicht Du musst aus 30 Metern trebbeln, nicht aus fucking 10 Metern, das geht nicht Oh, aus 10 Metern Finesse machen, geht nicht rein, tut mir leid, du musst die Finesse aus 30 Metern machen, nicht aus 10 Metern auf ein leeres Tor Der Tor hat ja gemovt, so komisch zur Seite, dadurch schießt man dann drüber Man klickt einfach nicht, ich verstehe das Spiel einfach nicht